Das neue Team im Rektorat der Universität Bremen kommt aus verschiedenen Fachbereichen und wir bringen ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen und Talente mit. Aber uns vereint eine große Leidenschaft, nämlich die, die Universität Bremen mit aller Kraft voranzubringen. Wir treten an in durchaus turbulenten und schwierigen Zeiten. Herausforderung ist zurecht in aller Munde, aber wir möchten uns Herausforderungen stellen und Verantwortung übernehmen, gerade jetzt. Wir stehen für Dialog und Partizipation und wir sind fest überzeugt davon, Universität, das geht nur gemeinsam und Universität Bremen, das sind wir alle. Mit Mut, unkonventionellen Ansätzen und hohem Engagement hat die Universität Bremen in ihrer 50-jährigen Geschichte so manches erreicht. Daran möchten wir anknüpfen, in dem Wissen, wie wertvoll der Einsatz, die Leidenschaft und die Kreativität sind, die Sie alle mitbringen. Wir glauben an diese Universität und daran, dass wir die anstehenden Herausforderungen bewältigen können. Dazu braucht es gegenseitiges Vertrauen, Austausch, Offenheit und einiges mehr. Gemeinsam mit Ihnen, Euch, werden wir diese Universität in den kommenden Jahren im Sinne des Preemant Spirits weiterentwickeln. Die Universität Bremen hat immer schon gerne Neues gewagt, neue Wege bestritten. Das ist ihre besondere Stärke. Sie ist die Heimat einer tollen wissenschaftlichen Gemeinschaft und profitiert von ihrer Vielfalt und ihrer Internationalität. Sie alle tragen dazu bei, diesen Ort zu einem Motor der Innovation und des Fortschritts in der Region und in der Welt zu etablieren. Dabei wollen wir uns insbesondere dafür einsetzen, den interdisziplinären Dialog, den Blick über den eigenen Tellerrand zu fordern. Denn so können wir gemeinsam neue Wege, neue Lösungen in der Forschung und in der Lehre für die Herausforderungen der heutigen Zeit suchen. Die Verknüpfung von Lehre, Forschung und Anwendung ist an der Universität Bremen auf einem hohen Niveau etabliert. Aus diesen Verbindungen sind zahlreiche erfolgreiche Startups hervorgegangen, die sowohl von WissenschaftlerInnen als auch AbsolventInnen gegründet worden sind. Die Ausbildung unserer Studierenden ist in weiten Bereichen exzellent. Die Forschung, die hier durchgeführt wird, bildet die Grundlage für zahlreiche Errungenschaften, die auf der Welt und auch zukünftig in anderen Planeten eingesetzt werden. Wir werden unsere Kraft in den nächsten Jahren für mehr Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit einsetzen, in der Lehre, in der Forschung und auf unserem Campus. Wir alle können und müssen dazu unseren Teil beitragen. Ich bin mir sicher, dass uns dies an unserer Universität gelingt. Für uns alle hier ist das nicht einfach nur ein Job oder ein Studienplatz. Wir sind hier, weil wir das wollen, weil wir etwas bewegen wollen. Diese Universität ist etwas Besonderes. Das in Worte zu fassen ist schwierig. Das muss man erfahren, erspüren und erleben. Unser Ziel ist es, dass das auch weiterhin möglich ist. Wir sind neugierig auf Ihre Ideen und Gedanken und freuen uns darauf, die Zukunft der Universität Bremen gemeinsam mit Ihnen gestalten zu können. Sprechen Sie uns an!